Moin hier bei Galuten und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake Americans, ne äh, boah ich verkack es jedes Mal, man, Alan Wake's American Nightmare, so, und nicht anders. So, hier sind doch bestimmt noch mehr, oder? Ah, hab ich mir gedacht. Wow, was? Alter. Okay. Au! Was denn? Schießt er? What the fuck? Alter! Der sagt, wirft mir Dunkelheitsgranaten. Ich glaub, der spinnt. Weißt der gar nicht, dass das gefährlich ist? Alter! Haha, aha, aha, guck mal, hier war die auch, die wir finden wollten. Sturmgewehr, 20! Haben wir die schon? Ne, haben wir auch noch nicht. Ja, da müssen wir quasi auch an die anderen Orte kommen, denk ich nochmal, um das nochmal einzusammeln, weil die eine, die irgendwie hier an dem, an dem, an dem Stern, an der Sternwarte, da, die hatte ja irgendwie 75 Seiten. Das ist schon ein bisschen krass. Ach, so einer schon wieder. Was ist er denn? Da ist er. Wow, noch einer! Nice, genutzt. Wow, läuft er? Dein Ernst? Serious? So, wo kommt denn hier der Ton raus? Ich will hören, was er sagt. Alter! Ich glaub, der muss echt richtig hart krass im Mittelpunkt stehen. Kann es eventuell angehen. So, komm ich hier jetzt rein? Würde hier gerne rein. Hallo. Was soll denn der Rotz? Ach, aber das hatten wir auch schon gesehen. Das kennen wir doch. Ah, nee, das will ich auch nicht nochmal hören. Und wie soll das... Hier waren wir ja auch schon drin. So, da unten links war das. Dann hüpfen wir doch jetzt einmal. Mehr nach... Äh, war das richtig? Mehr nach rechts und dann hier unten hin. Ah, Radar nicht aus den Augen verlieren. Oh, Asthma-Ellen hat schon wieder seine... Seine fünf Minuten hier. Und da oben liegt auch irgendwas. Nee, tut es nicht. Hä? Konnte ich hier nicht noch irgendwie zu der Stadt runter? Anscheinend nicht. Dann, äh... Pff, äh... Zeit nicht, ne? Wer nicht will, dann nicht. Also mich stört das ja nicht, ne? So. Asthma-Ellen on the run. Die runs as fast as he can. No one will be faster as he can. No one can run harder except me. War ich da jetzt da oben? Ja, da war ich jetzt drin. So, dann denke ich, können wir mal wieder zurück zu... Ja, zu Mäuschen. Wollte gerade irgendwie noch was anderes sagen. Aber irgendwie fiel mir nichts Tolles... Halbwegs jugendfreies Nettes ein. Wart, wart, wart. Alter! Wow, da sind gerade schon viele! Putz! Das war ein Volltreffer, oder? Cool. Verdammt! Sag mal, wie viel... Ist das euer Ernst jetzt, oder was? Oh, das waren vielleicht... Oh, Entschuldigung. Alter! Aber... Alter, Finne! Haha! Nice! Ja, freu dich mal da hinten, du Spack! Spaten und Spacken. Oh, sie redet wieder. Ja. Kann ich da draußen riechen? Ich kam eigentlich aus der Dusche heute. Oh, geil. Ich steh drauf, wenn sie schreien. Oh, es ist nicht... Es ist du. Hast du... Hast du mir geholfen? Ja, hab ich. Wie in den Kopf eingedrungen. Das Mann, das Mann, wollte in der Projekter booth. Er war, um zu fixieren, um zu verabschieden, damit die Sonne nicht aufstehen. Gott. Es war nicht so schwer, als er sagte es. Es war sehr gut, bei der Zeit. Du bist nicht selbst. Der Projekter booth. Das ist gut. Ich muss in da. Ich habe die Akzentration für die Tür. Hier. Danke. Ich bin nur glücklich, dass du jetzt gekommen bist. Er sagte, dass er zurück wird, nachdem er für ein paar... Sicherheit ist. Du fühlst mich an zu erzählen, was hier passiert? Wir haben eine Art Exhibition hier, um morgen zu öffnen. Ich bin die Kuratorin. Mein Name ist Serena Valdivia. Alan Wig. Holy shit, das ist du. Ich habe nicht... Ich meine, ich habe dich gesehen, auf der großen Schrein. Ich... Ich weiß, du bist. Was? Biet, he? Was? Biet, he? Was? 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 Wichtig. Was? 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 Du bist echt gut. Du bist wirklich Alan? Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Niemand weiß was mit dir passiert. Aber es gibt Menschen, die sagen, dass du dich gesehen hast. Das war's. Er sieht nur gleich aus. Ja. Aber dieser Mann ist viel mehr slimy. Das Gefühl von ihm macht mich... Ich liebe ihn, aber ich... Es gibt etwas über ihn. Gott, er ist so creepy. Anyway, du bist überhaupt nicht wie er. Ich hoffe, du kannst ihn stoppen. Es ist dunkel hier. Kannst du die Taschenlampe hier drin mal anmachen? Naja gut, es gibt auch nichts hier mehr zu finden. Aber trotzdem. Es wäre trotzdem ein bisschen angenehmer gewesen. Das ist komisch. Das ist echt ein bisschen... Fucking creepy. Vor allen Dingen das da hinten, ne? Komisch. Aber gut, eben. Es ist tatsächlich düster. Angenehm. What? Wow! Da sind ja ganz viele Menschen. Menschen. Oder halt nicht Menschen. Wow! Alter! Gott! Da ist doch noch einer, wusste ich's doch. Ist okay. Ist okay. Alter! Nicht so schnell! Ich hab hier auch noch mitzureden, Kollege Schnischu. Alter, Finne. Eben gerade war mir das noch viel angenehmer hier. Okay. Ich komm hier noch nicht rein. Oh! Den hab ich gar nicht gesehen. Okay. Ich hab hier die dunklen Brunnen zerstören. Dunkle Brunnen. Okay. Okay. Komm schon, Baby. Konzentrier dich. Bewegen. Schnell. Wow! Alter! Nice! Nice! It should be nice! Oh, Baby! It should be very nice! Soll ich mich vielleicht nochmal heilen? Könnte man eigentlich generell mal tun, oder? So. Okay. Da ist der letzte dunkle Brunnen. Da gehen wir mal von hier hinten ran. Wundert mich, dass hier jetzt gerade gar keine Leute mehr auftauchen. War das echt schon alles jetzt? Also ich hab ja mit ein bisschen mehr Widerstand gerechnet, ne? Es ist... War jetzt nicht absolut easy going, aber... Es war jetzt nichts, wo ich sag, da muss man schon ein Skill für haben. Das hätte jeder irgendwie geschafft. Na gut, ich will nicht wissen, wie es auf Albtraum wäre, ne? Ja. Püdup! Yay! Uns rettet ein fucking... Spielautomat! F-Manus-Kript überprüfen? Es war spät abends. Der Sommer war schon fast vorüber. Äh, wie soll ich das denn jetzt bitte ändern? What? Zur... What? Wie soll ich das denn jetzt ändern? Äh, hä? Das ist cool. Nice. Darf ich zocken? Wie mache ich das denn, wenn ich gar nicht da bin? Wenn ich da gar nicht dran rumspiele? So helle? Ach so. Ja, ganz klar. Es ist nicht spät abends, das ist schon früh morgens. Das ist nicht so gut. Nee. Du bist auf etwas zu tun, nicht wahr? Schade, dass es nicht so gut wird. Ich bin ein besserer Mensch als du immer werden! Und ich habe das ganze Zeit in der Welt. Alles, was du hast, wird mir sein! Dein Leben! Dein Frau! Was machst du damit? Der Sonne kommt jetzt nicht. Ich kann das immer noch weiter halten! Schau dir selbst! Was, was du sagst, Mann! Okay, also mit solchen Zwischensequenzen ist das zwischendurch ganz schön cool. Will ich nur mal so sagen, ne? Was? 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 Wo ist denn jetzt hier schon wieder? Ah! Hier waren wir ganz am Anfang! Oh, das ist ja cool! Gerade solche Sachen mit Zeitreisen und so finde ich ja geil, ne? Nice! Okay, jetzt wird's tatsächlich ganz schön OP! Okay! Das ist kacke! Nö! 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 Mann! Zeit schleife! Okay, haben wir gecheckt! Ah, jetzt haben wir die fucking Leuchvieh-Sole! Sehr gut! Sehr gut! Hier hatten wir den ersten Gegner! Beim letzten Mal! Glaub ich mach die doch schon! Spennenwebben! Und Netze! Stimmt! Von hier kamen wir! Genau, das war das! Geile Nummer! Okay! Okay! Und Headshot! Mitten ins Knie! Treffer! Wow! Den anderen auch? Nice! Aber eine Truppe ist hier noch! Okay, die haben wir ausgemergelt! Ach guck mal! Die hatte ich nicht gesehen auf dem Radar! So, Mr. Scratch erscheint! I'm trapped in the darkness! He has started appearing to me! Mr. Scratch! He can travel back into the world effortlessly! And he loves to rub my face in it! At first, he was just an echo in the darkness! A flicker beyond the edge of my vision! Now he's started showing himself! Getting bolder all the time! Telling me what a great time he's having in the world while I'm stuck here! And what he plans to do! Especially to Alice! All the moves I have left are dangerous and desperate! I have no choice! I have to haunt him! Hm! Alright! Dann heißt es ja wieder zurück zum Anfang! Und wir sind wieder hier! Mit einem Hütturmruckler! Was aber gar nicht verkehrt ist! Weil unsere Zeit ist sie! Für heute auch wieder um! Mit Emma sprechen! Ja! Warte mal! Dann lebt die Olli ja noch! Oh! Das ist gut! Das ist gut! Ich hoffe ich muss aber nicht die ganze Arbeit nochmal machen! So! Sehr schön! Sehr geil! Cool! Mir macht das Spiel Laune! Ich hoffe euch auch! Wir sehen uns dann morgen wieder! Winke winke! Ciao! Und tschüss!